Auch jetzt zählt es runter und macht noch einen Ton ey, für alle doofen noch ey, na GZ ey, die nicht, die, die voll Analphabeten, die noch nicht mal zählen können, wisst du, wenn es runterläuft, wisst du, das ist jetzt für die Blinden noch, jetzt können die Blinden auch schon weh, weh spielen. Was gehört? Aber was fürn Ton denn? Ich spiele auch nicht, Tobi. Ja, das war so ein, so ein Zwischen. So ein Dings, was runterzählt, wisst du, also ich zieh gleich einen Run, wenn ich einen kriege, oder? Was denn da mal vor der Flinte kommt ey? Ja, dann mach irgendwas, ach scheiße, Battle Run Targets, bei mir grad nicht, ja, okay. Bei mir auch nicht. Ja, komm auf den Rally. Bin wir schon. Au seitdem, kämpfen? Ja, jo. Okay, dann komm ich. Da hinten. Da hinten. Da hielt Charmy ey, da hielt Charmy ey, da hielt Charmy ey, da hielt Charmy ist böse. Okay. Darfst du mir holen Flach? Gib dem. Gib dem schweigen. Du gibst gar nichts mehr. Ey, wo ist ein Palinax ey? Ja, ich bin jetzt hier. Komm, lass mal auf den Manfred gehen. Point, darfst ich eben hier gehen. Gib mir mal was Palinax. Ja, hallo. Wie viel schlagen auf dich? Muss man schauen. Boah, ey. Wir waren zu 8 oder so. Ja und? Da muss weg, ey. Ich werde da angegriffen. Ja, warte. Wir kommen, wir kommen. Wir kommen, wir kommen. Wir zu dritt. Mach Wappel, mach Wappel, mach Wappel. Aha. Aha. Nie so. Der Priester da da oben steht, er heilt die alle durch, die so Manfred. Okay, dann drauf da. Ich bin sofort da. Ey, haut den Elf zwischen dir um. Wie ist denn du? Wie ist denn du? Ey, mal, ey. Alter, ich bin gar nicht da. Na, wo bist denn du? Alter, ich bin gar nicht da. Was sagt da, ey? Wie soll ich das zweite Mal von uns instant ume, Prekzu? Wo ist der Flag Carry? Ach, wo, die war eigentlich im Heilen. Aber das kann ich nicht heilen. Da kommt ihm da Sekunde 50 Kajaden oder so. Wo ist der scheiß Priester, Alter? Da ist doch hier dieser Manfred, ey. Na ja, komm auf Manfred. Schieß den um jetzt, Prekzu. Hat schweigen. Boah, shit crap. Denko lädt noch drauf, ey. Dann. Ich stand den jetzt durch. Loll. Anscheinend bin ich der einzige Hader. So, jetzt ist er down, ey. Das ausschloch, ey. Der Flag Carry. Jäger macht auch nur Scheiß hier, ey. Und den. Ja, der bringt mich zum Schwager. Der Flagge ist tot. Kommt unsere Flagge durch? Ja, entscheidend. Ey, was hängt denn die Spinne schon wieder? Komm her, Junge. Ich mach dich tot, Spinne, ey. Ich glaub, der hat Mühe, der hat Mühe. Mach den Jäger weg dort. Komm, komm zurück, zurück. Leute, zurück. Der hat nichts mehr. Der hat kein Fett. Zurück, sonst ist gleich los. Ja, nicht los, aber... Ja. Toll. Ja, vergleichen. Was macht die Flagge da oben? Na, er kommt durch, oder? Ja, ich... Keine Ahnung. Die Flagge hat mir bei ihm Punkt angezeigt. Ja, ja. Aber der steht da irgendwie und wird gestunnt, glaub ich, oder so. Ja, der ist zu blöd. Oh mein Gott. Der ist zu blöd. Ja, jawoll, jawoll, jawoll. Wo kommt der raus? Wo kommt der raus? Der kommt noch gar nicht raus. Der wird zu schärmen. Der kommt nicht raus. Noob, gib ab. Oh, scheiße, ey. Ja, mir. Geh ja nicht raus, ohne Paulina. Ja, jetzt lass uns mal sammeln, ne? Die kommen, die kommen, die kommen überall über die Vorderrampe rein, hast gehört, aber alle, aber wirklich alle. Kommt vornherein. Da müssen wir nicht reinlaufen. Ich... Ja, das Manfred wird, ey, 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 ey. Pelz, ey. Wo seid ihr denn jetzt? Auf... Also ich bin oben, ey. Auf Verbrüche, oder was? Auf Verbrüche, oder was? Dann... Machen wir jetzt. Ne, ja, da... Da, okay, ich sehe, Manfred. Oh, hinten, Mitte, go. Wir sind, äh, noch... Soll ich euch mit der Flagge entgegenkommen? Ja, mach, nimm Flagge. Er ist noch Piss, Magie. Kommst du raus? Ach, wie wir hier schon wieder abgefarmt werden, ne? Ja, noch ein Road. Wie wär's, wenn wir uns immer sammeln, und wenn wir schon zu viert im TS sind? Und irgendwie zu viert spielen, zusammen? Go, go. Bei ihm. Bei ihm. Ja, sag doch auch noch was. Ja, okay, komm hier draußen, ja. Hier drauf. Die kommen alle dahin geritten, ey, wie die Blöden, ey. Rente gleich. Oh, lol. Ja, danke. Wo seid ihr jetzt, Jungs? Na vorne. Frage holen. Kommst du? Na wo, aber wo kommt... Das hat er ja. Alles klar, komm mal. Ich geh über Mitte. Die ist die Flagge, ja. Komm. Also hier seh ich Präck. Ich weiß die gleich ab. Fangen uns grad ab. Oh, oh. Das... Das... Das mag ich nicht als Schürke. Ja, das glaub ich auch. Der ist ein Pally durchgelaufen. Ja, das ist ein Tank. Ich kann nix machen, ich bin der einzige Heiler. Mach mal Schattentanz, sonst landen die alle. Ja. Da ist der Mantel. Ja. Der ist der scheiß Priester, ey. Mach den mal weg, ey. Schon drauf. Ich auch. Blende den Shami halt. So, jetzt das Thema hat sich gerade erledigt. Ich zieh den Shami mal ran hier. Kann nix machen. Shami ist bei mir. Der Mantel. Bin im Block. Okay. Der Krieger holt sich Bersack vor, die hast du gehört? Wegso, wo bist du? Ich hab... Oh, da. Der kack Rogue. Ja, Rogue auf ihm. Ich versuch mal wegzuziehen. Kann man in der Sonde. Hier haben wir die Abklingzeit von meinem... Von meinem... Von meinem Ding... Wunderbegangen, ey. Hast du gehört? Was ist? Von meinem Grip ist runter, auf jeden Fall. Okay. 15 Sekunden Abklingzeit hat er nur noch der Grip. Das ist ja übel. Hihihi. Da ist DKC immer mit dem Grip. Ja, für uns BG ist er geil, ne? Ja. Ja, ich meine, für uns ist es nicht genug. War ja vorher... Nicht immer genug. Jetzt kommt Profi wird bleiben. Ja, ich hab mich gestern erst in der Arena aufgeregt, über... Darüber, dass ich... Nicht chargen brauche als Krieger, wenn ich gegen einen DK kämpfe. Weil er zieht mich instant wieder zurück. Und... wenn jetzt die cool die die abklingzeit noch geringer ist groß mal sind ja auch verstanden aber verkehrt mehr klar wie polynaxia nähe ist die reiten dort wollen wir jetzt aus die flacke holen geschlossen oder was kommt noch immer vor letztens war ich noch ein rbg mit einer gruppe irgendwie am 1800 oder so am schluss 7,5 millionen gehalt der nächste es gibt gummi auf der sicheren seite jetzt sind die karte scheiße egal ich bin da naja ich hab nicht ich hab sie doch ach so schuldig ich dachte dreck so hat's auch nicht gesehen ja vielleicht zweimal sprühen dann ja aber nutzt es noch nicht also später dann wenn du irgendwie haben die unserer flacke jetzt ich gehe so rüber zur flacke noch stoff verwenden da keiner besser kommen mit noch mache ich sollte wüsste dann gibt mir jeweils ein frisch zu 10 prozent er geht rüber rüber nimmt den flackenträger unter beschuss sagt also noch mitte rum ja wenn die andere nicht rüber gehen normal der manfred hat flacke der manfred hat die flacke kommt mit rüber palinax kommt mit mir mit ja dann gibt aber dem erge mir wechsel weiß wenn du mit flacke hier ernst dann manfred da hinten dahinten stehen ich es machte immer so abgeben die abgeben ja hier ist oder was hinten jetzt von gelb jetzt ich kann das nicht eigentlich alles alleine versuche die aufzunehmen was geht ihr dann ich gehe ihn schon wieder durch rechts ich bin dahinter ich habe äh den holen den blöde manfred ja wir sind ja alle dran manfred schlechten tag oh manfred ist noch gestorben vom vom abgabe was ist jetzt los warte ich lass fallen in dem einer von euch hier weg vielleicht muss ich das machen es ist gleich weggenommen nein das ist nicht gefallen aber wieso geht das denn nicht abgeben macht das blatt alle jetzt schauen wir mal ob das jetzt noch mal punkte gibt wenn wir noch mal anmelden beziehungsweise was ich muss mal kurz weg ich müsste es ist nur einmal 100 punkte am tag oder weil sonst steht ja nichts weil sonst steht ja nichts 100 punkte nach